Okay, ahem, hallo, willkommen auf Flughafen. Ich will auch eine Waffe! Nein! Hallo, ich auch! Ich hab ein Pichiridoo! Was? Warum, Riki? Warum Pichiridoo? Was ist passiert? Was soll das überhaupt bedeuten? Warum gibt es denn hier so etliche Waffen? Das ist ein verdammter Flughafen. Ja, ey, wo müssen die ja hin gelagert werden? Ich bin wieder... Die dürfen sie ja nicht mehr mit ins Flugzeug nehmen, an der müssen die ja mal hinkommen. Das stimmt. Alter, Riki will's mal Spray sehen. Okay, wie funktioniert das mit dem Random Shit? Sag mal. Moggy! Weißt du, was es hier gibt? Was? Keggy bedroht mich. Oh, es gibt Sprengfester. Keggy, bitte nicht. Guck mal hier. Ich will, wer richtig ist zu tun. Oh Gott! Lass uns mal aus der Nähe so einen Sprengfester anschauen, Moggy. Ah! Lass uns schon mal so einen Pass von... Okay. Warum? Johnny war Traitor. Ja, er war... Oh! Die dumme Sau. Keine Zeit zu verlieren. Nice Job! Wo ist der... Detective? Ach, du bist ja der... Nee. Jungs, ich hoffe einfach mal sehr, dass Simon Ford die Situation ist, dass ich das Fass mit mir herumschleppe, auszutzt, um auf mich zu schießen. Oh, du hast auch ein Fass unterwegs gehabt. Das Fass? Nein, jetzt hab ich eins. Okay. Okay. Peggy. Ich hab's überlebt. Was? Du bist ja nur weggelaufen. Ich hatte noch 29 Leben im Trick. Ich war so kurz davor, dich mit der Golden Eagle zu erschießen. Und ich hab, ich hab gesagt, ich hab alle getötet. Maeve war der Letzte. Ich töte, äh, Fully. Ich meine, Fully war der Letzte. Ich töte ihn. Und auf einmal steht der Innocent Wind. Was? Ja, ich hab auch nicht gesehen, dass es Morgi geschossen hat. Hat Greg wirklich nicht gesehen, dass ich noch lebe und geht einfach weg? Morgi, ich hab's auch nicht gesehen. Ich dachte, das ist ein One-Hit-Titon-Fass. Morgi, direkt. Wo steht noch ne Waffe? Ich dachte, es sind so viele Waffen. Wo sind hier eine? Draußen sind ganz viele Shotguns. Das war die schutzsichere Weste. Ja. Ich hab überwiegend auch nur Shotguns. Ey, Detective, willst du dich im Fass holen? Was für Shotguns? Ihr habt die frühe Wahl. Bring mir eins Fass. Ich bring dir eins, wenn du es willst. Hast du hier ein Fass auf, oder was? Jungs, wollt ihr ein Fass köpfen? Ich hab ein Fass. Ah, 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 ich hör noch Schüsse. Ich hör Schüsse. Wer ist noch ins Schiff gegangen? Ich glaub, der im Schiff ist verdächtig. Eriki? Luftschiff? Da ist er noch! Es ist Johnny. Johnny, wo waren die Schüsse? Johnny ist es? Weiß ich nicht, wo die Schüsse waren. Ich such die Leiche. Haltet Johnny im Auge. Du hast es Fass umgeworfen, Morgi. Was ist los mit dir? Morgi, du kannst jetzt hier nicht einen auf Dicken machen, nur weil ich da in einem Flugzeug drin bin. Ja, aber es kamen Schüsse aus der Gegend. Nein, kamen sie nicht. Oh mein Gott, was? Ich hab eben ne Explosion gehört, was passiert? Morgi, warst du das? Was? Tut mir leid, Babe. Das war Schlagerbote, ich hab draufgeschossen. Aua! Mogi? Ich glaub, es ist Mogi. Ach, Fuli, was versteckt sich denn in einem Traitor-Shop? Und wirfst Chilis. Fuli war Traitor. Scheiße. Ich weiß, wer der andere ist. Was? Johnny, warum? Rikki? Oh. Moment, ich treff nicht. Moment mal kurz, ich treff ja gar nicht. Moment, 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 Moment. Das war ein Kampf auf drei Meter. Du hast den Schock an Erd Chilis und du verlierst? Verrückt. Ich hatte noch zwei Leben, okay? Nein, du hast auch Chilis geworfen? Ich dachte, es waren meine. Morgi, du hast so viele Leute umgebracht, ich dachte, du bist es. Ich hab nur Maeve umgebracht, danach hab ich einfach nur... Einfach... Warum lauft ihr auch mit dem Fass herum? Das ist so, als hätte man den Zielscheiben auf der Stirn und sagt, hey... Ich werde... Oder auf dem Gesäß. Und er sagt kurz, okay, ich werde mal kurz meinen Stift aufheben. Ich hoffe, mir tritt niemand den, äh... Mein Allerwertesten. Was soll ich denn machen? Ich mag das Fahrrad. So, Alter, also. Nein, 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 ich werde das wieder gut machen. Okay. Okay, und wie? Fuli. Ich bin Detektor. Mach's wieder gut. Ja. Das bist gar nicht du. Doch, das bist du. Schaut euch mein Spray an. Oh, Johnny ist Traitor. Schaut euch mein Spray an. Ist das ne Sache, die jemand, der kein Traitor ist jemals sagen würde? Ich hab sie aber nicht umgebracht, insofern. Johnny, willst du dich damit irgendwie beleidigen? Weil du nur Trash sagst die ganze Zeit. Ja, ich wollte dich damit beleidigen. Das ist ein richtiger Trashboy. Was macht der Detektiv hier? Ach, das ist Morgi. Gib mir einen guten Schwer. Ähm, Ricky, mach den Sound, wenn etwas halbwegs lustig ist. Okay, Maeve ist sehr ruhig, diese Runde. Und die Situation gerade ist nicht eskaliert. Wenn man etwas ein Joke nicht verlieren kann. Ähm. Was passiert hier? Ich höre Schuss. Was? Ich vernehme einen Schuss. Ein Schuss. Wer ist da hinten? Was könnte hier passieren? Ricky, waren sie es? Nein. Könnte dies wohl der Fall sein? Oh Gott. Ich war so, ich war so. Hä? Ich dachte, Maeve ist es. Er hat mich so ominös und ganz still und halb. Der Morgi auch schon verdächtigt. Ich hab auf Fully, da vorne, ich hab nur gesehen, dass... Hast du jemanden erschossen, Fully? Ich hab Maeve erschossen. Ja, das hab ich gesehen, da dachte ich mir... Oh, Fully's Traitor, der hat sich nicht weit umgeschossen. Ich bin der Golden Digge auf sich geschossen. Und bin gestorben. Oh nein. Aber ich bin gestorben. Wer hat mich denn gekillt? Gute Runde, Keggy. Keine Ahnung, der Molotow-Cocktail, der hinter dir hochgegangen ist vielleicht. Oh. Den hab ich geworfen. Sparrunde. Null. Null. Null fast? Null fast, Sparrunde. Null fast? Okay. Okay. Was soll das bedeuten? Was muss ich machen? Morgi? Passt hier nichts an. Warte, 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 warte! Das war... Das war Rickys großer Einsatz. Ähm, Geist? Ich fand das ziemlich lustig, ehrlich gesagt. Keggy ist gestorben. Er war innocent. Was? Keggy... Hast du ihn mit dem Fass getötet? Nein! Oh, er konnte nicht widerstehen. Das kommt jemandem hier sehr bekannt vor. Ich werde keinen Namen nennen, aber es ist Morgi. Ich bin raus aus dem Geschäft, mein Freund. Oh Gott, irgendwas ist explodiert. Die Tage... Keiner Fassfreund mehr für mich. Oh, ich hab'n Fass gefunden. Jetzt hab' ich auch eins. Jetzt kann ich Morgi auf die Probe stellen. Okay. Wo bist du? Tiki, was machst du hier? Ich bin hinter dir. Du bist ein bisschen nervös. Oh. Aua. Oh, Scheiße! Der Squad Team! Wow! Nice Job, Morgi! Ich konnte nicht widerstehen, Donny. Ich möchte kurz anmerken, dass mein Tod perfekt getimt war. Ja, das war so gut! Das war fantastisch! Tidde! Puff! Tidde! 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 Das heißt, er empfohlen hat Keggy nicht mit dem Fass übergebracht. Ich hab Keggy den Kopf geschossen. Ne, ich hab das Fass verschossen tatsächlich von Donny. Das ist ja gemein. Ich konnte nicht widerstehen. Es ging einfach nicht. Es war so... Oh! Detective! Was kann ich für dich tun, Detective? Nimm die Golden Eagle. Ich will ich nicht. Kann ich nicht die anderen haben? Bist du sicher, dass du sie nicht willst? Ich hab mich in der vorletzten Runde damit bereits selbst umgebracht. Aber... Ich mein, er hat einen Punkt. Du hast du? Rikki? Ja. Aber ich werd sie nicht selber einsetzen. Fählen wir den anderen, mit der sie will. Hey, Fully! Du bist ja! Ja, okay, schieß auf mich! Nein, nein, du sollst sie haben. Nee, er wird sich nicht, er wird sich nicht! Okay, okay! Detective? Kannst mir folgen, ich werde dich beschützen. Das glaub ich nicht. Was? Doch, ich bin illustriert, du bist Detective. Auch wenn du mir nicht glauben willst. Ich bin mir ziemlich süß. Mames, warum so still? Ja, ich hab' nicht. Mames war Traitor. Ach, Mann. Muss ich das hier? Ich will's den anderen sagen, Moment. Hallo! Ich hab' nie den. Eilt den anderen. Nein, ich hab' nicht gezwits! Mames, ey! Ich hab' mich nicht mal bewegt! Fuck, was ist das hier? Ich hab' den Golden Eagle! Ich hatte den Golden Eagle! Ich hab' den Golden Eagle! Oh mein Gott, Johnny! Ich glaub' ich muss meine Mausgeschwindigkeit machen. runter stellen ich habe mir waffen gekauft den 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 langsamen modus dann in motion modus und habe mir überlegt was mache ich jetzt und dann läuft mir den weg warum redest du dich ja es war sehr verdächtig still weil du die ganze zeit über still war es langsam ja willst du jetzt nicht mehr weißt du was jahr zu mich töten cool moment okay hat mich noch nicht umgebracht schon mal gutes zeichen noch ist gut ich habe nicht im auge boy okay ich höre von draußen ich habe explosionen gehört und wir einfach das fenster er war traiter deswegen war es zu still hinter uns her ich finde euch einfach wer lebt noch aus der folie siehst du das ist das problem folie hatte eine traiterrunde wo er niemanden gesehen hat das ist immer okay kauf das radar johnny ach so und dann tötest du mich das mache ich das richtig ah shit es ging daneben vorsicht banane 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 ja ich komme da nicht so schnell weg alles gut warte was kann ich mal bitte meine meine gottlike runde anmerken gerade er ist voll hier gestorben er hat eine melonenbombe an die wand gemacht und hat mich dann hin teleportiert jemand wirft zu johnny die bananenbombe und johnny sagt ich kann nicht weglaufen und was macht er läuft die bombe erst mal rein dreimal darum und dann kommt auch noch ich hab echt nicht gerafft wie johnny die scheiß ich bin nicht in die bombe reingelaufen ich habe doch ich habe mir stand genau da drunter als sie explodiert ist ja eben ich hab's überhaupt nicht gesehen die bombe so richtig vorsicht 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 ich soll ich wissen wohin ich weg laufe das war ein sprengfässer und ricky ist zu verändern gewesen ricky war ein stranger was passiert da waren so sprengfässer hinten ich hab sie eingeschossen und dann das eine ist explodiert und dann hab ich gesagt ricky vorsicht ich hast mal der Entiger laufen das zweite ist wieder nicht gegen gerollt konntest du wieder nicht widerstehen moggy vorsicht weg 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 nein 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 vorwärts euch den detektiv sprengfässer zu schießen oh gott glaub ich hier im flugzeug ein sprengfass wäre ganz praktisch Oh ja, ich bringe eins mit Jetzt zur Not, ne? Vielleicht brauchen wir Hey, da ist ne Bombe reingeworfen worden Oh mein Gott, ne Bombe Okay, das klang sehr Fake von Maeve Maeve ist Detektiv Ich bin Detektiv Johnny Entschuldigung, das ist Fake-Klinge Er war innocent Okay Okay, wir sind noch sehr viele Junge Hä? Gibt es mich zweimal? Wie, es gibt mich zweimal Leute, ich hab die Idee Ich kaff einfach Fully Ist ne Traitor-Waffe gedroppt worden? Nein Kegi ist Traitor Er hat ne Chili geworfen Nein Ich hab's genau gesehen Er hat ne schmacken Chili geworfen Ich hab nichts getan Ich hab Kegi gekafft Oh mein Gott, das ist der Dritte im Bunde Ich hab nichts getan Es muss Johnny sein, oder? Nein, ich bin wirklich innocent Kaff mich gerne, oder was auch immer Mir egal Ich mach gar nichts Einer von den Beinen hat ne Chili geworfen Und ich mein, das war Kegi Ich bin gekafft Ich hab nichts getan Lebt Bobby noch? Ja, bevor du gekafft wurdest, Kegi Das ist mir jetzt zu verwirrt hier alles Könnt euch mal geht es nicht töten Lebt hier noch jemand? Ja, ich halt zum Beispiel Ich lebe Aber ich bin Maeve, wir bringen einfach alle um, die wir sehen Ich bin wehrlos Nein, lass mich hier ruhig Ich bin wehrlos Moment Wieso soll ich jetzt dir trauen eigentlich? Weil ich dich noch lange nicht umgebracht hab Noch Die anderen beiden auch nicht Ja, aber du kannst sowieso nicht schießen Ich kann schießen, nur mit der Golden Deagle Ich hab mir hier ne Waffe geholt und denk mir so, was? Was tut der Mann da? Kann ich mir wenigstens die Waffen anschauen? Nein Nein Ich bin weh Ich bin weh Mick hat fully fallen übrigens gekillt, weil da lagen so viele Feste auf einmal auf Was hätt ich denn machen sollen? Du stimmst Scheiße Naja, ich hab Elza gedacht, du wolltest uns umbringen, to be fair Du kleines Stück Scheiße Einfach den Ricky weggemacht Easy util Easy 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 world Ich glaub Ricky noch nicht so gut Wie ist es jetzt passiert? Ich glaub, Rikki ist gestorben. Ich glaub, er war Detektiv. Oh, Rikki war Detektiv. Oh mein Gott. Würde mir schon stinken. Kegi, was hast du damit zu tun? Ich bin gerade erst angekommen, wie du. Wir sind alle gerade erst angekommen. Was würde der Traitor sagen? Aber ich denke mal, der Traitor ist an mir die Richtung gelaufen. Ich mein, Kegi war ziemlich oft ein ziemlich guter Lügner. Ich weiß nicht, ob ich ihn trauen kann. Was ich glaube ist... Was macht ihr da? Ich glaub, Rikki hat sich irgendwie selbst umgebracht. Glaub ich auch. Ich hör Chilis. Rikki ist so einer, der macht sowas. Oh! Für die da hinten ist was explodiert. Hi Jungs. Hier ist was explodiert. Warte, 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 warte. Oh, Moki ist da. Hast du's gehört? Moki, ich hab wirklich Angst. Oh, Moki, ich hab wirklich Angst. Und dafür kommt's für eine neue Runde von Team Deathmatch. Wann war ich der Letzte? Wie ist das passiert? Kegi, Fully, alle haben noch gelegen. Ich weiß nicht, ob er mal in die Luft geflogen. Keine Ahnung. Ja, und ich wurde... Ja, ich hab... Und du hast sie ausgenutzt. Wir haben die nächste Person gehört. Und dann kam Maeve mir entgegen und hat mich abgeknallt. Wenn ich dich gekillt hätte, Maeve dich gekillt, Rikki. Was soll ich denn sagen? Ich dachte, das leben einfach noch alle außer Rikki. Und dann war Moki der Letzte. Was hast du gesagt, Rikki? Ich wollt grad den Random Art benutzen. Weißt du? Und denkst so, oh ja, schön gestrehen. Hey Moki, was geht? BANG! Darfst du das? Ist das nicht illegal? Oh, da ist Rikki. Dem folge ich besser mal. Rikki, pass auf. Ich zeig dir, wie du voll gestorben bist, okay? Ich hab jetzt auf die Speichenfässer geschossen. Das ist explodiert, das andere ist dann vorgerollt. Direkt unter deine Füße und dann explodiert die auch nicht. Wir sind alle hier. Hoffentlich gibt keine Anscheinung auf dem Flugzeug raus. Ich bin nicht da. Das ist ne Lüge, ich bin nicht da. Oh nein, it's burning! Das Flugzeug brennt, aber zum Glück ist die Rettungsrutsche draußen. Das Flugzeug brennt, aber die Rettungsrutsche ist draußen. Sind schon welche gestorben? Was ein Zufall. Dann Rettungsrutschen wir mal los. Hallo, Kriegi. Hallo, Mann. Warum ist es so fach, dass es schreit ist? Ich hoffe... Hast du das gehört? Moggi, versteckst du dich da eigentlich so? Aha, Moggi? Ich könnte einfach hinkommen und... Mann, für Kriegi sind Schreckt! Ich weiß es einfach. Nein, warte, Johnny hat Angst. Was hast du da gemacht? Komm mal, wir untersuchen erst, was mit Johnny passiert ist, okay? Oh... Oh... Okay, was ist das denn? Oh, das ist Winner Pace. Anna, erstmal ein Trickshot-Video drehen. Hey, ich seh dich da vorn! Mit... Neben der Leiche! Neben der Detective Leiche! Und mir ist Ricky! Hey, was geht ab, Moggi? Ich mach es gemacht! Pretty Ricky! Er ist der Traitor gewesen, Jungs! Die Sau! Oha! Und den Detective Fully haben wir auch verloren! Oh, Mann! Nein! Nee, Maeve war es nicht. Okay, dann kannst du noch Moggi sagen. Wow! Oh! Oh, es war Keggy! Hey, Johnny, hast du den Play gesehen? Ja, Ricky, das ist... Ricky's neue Visitenkarte ist, Leute zu... Teleportieren. Melonenminen zu teleportieren. Warum hast du halt gesagt, dass du dich gekillt hast? Aber jetzt war er Detective. Hier funktionierte Teleporter. Ich wollte schon mal benutzen, aber es ist irgendwie nicht hingehauen. Wie kann man denn so dumm seinen Teleporter nicht verstehen? Alter, Ricky... Ist halt wirklich dumm, ey, Fully. Ist halt wirklich dumm. Ist das dein erstes Videospiel, Mann? Oh, mein Gott, ich bin Detective. Schnell, bevor ich mich tötet. Ich will hier mit fahren. Ich will hier mit fahren. Fully, du musst Reste machen mit dem Ding. Erwin, der Person will explodern! Was? Oh, mein Gott! Lass mal Ricky töten, lass mal Ricky töten. Hey, 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 hey! Ricky töten, Ricky töten, Ricky töten. Ich klebe an dir wie dein Schatten. Ricky töten. Ricky töten. Ich hab Ricky töten. Alles gut. Ricky töten. Was zum Fick macht ihr denn? Hört auf, ich will jemanden explodieren sehen. Alle 30 Sekunden explodiert gleich einer. Okay. Warte. Wir warten noch. Warum? Wow, Johnny, Alter. Nummer 2. Ach, Mann. Ich hab hier niemanden explodieren sehen. Warum habt ihr nicht abgewartet? Ich hab extra Maeve und ich haben eine Feuerpause gemacht. Ja. Warum habt ihr auf einmal angefangen, Ricky zu töten? Warum habt ihr mitgemacht, Ricky zu erschießen? Ich dachte, wir wollen alle Ricky töten. Ich dachte, wir gehen jetzt alle Ricky töten. Ich dachte, das ist jetzt das coole neue Ding. Ich wollte auch nur cool sein. Fully kann man schon mal gut manipulieren als Traitor. Jungs. Jungs. Oh nein. Oh, Fully. Okay. Fully gibt viel auf die Lose. Ich geb dir die Chance wegzulaufen. Okay, wir spielen dann die 2vd an. Nein, wir gucken uns Maeve an. Was passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist zum Fick ging der ab? Hey, wir gehen jetzt weg. Au, au. So. Ah. Ah, die Sklette. Sklette. Das ist jetzt Dark Souls, Leute. Ach so, jetzt ist das auch. Kein Wunder. Kein Wunder. Auf einmal bin ich im Flugzeug und seh nur ne Belohn im Vorbier. Ich wusste nicht, dass ich Keggy trauen kann, weil dieser Shit aktiviert ist. Wie gefällt dir meine neue Visitenkarte, Moggy? Ist das gut, oder? Oh Gott. Das hat er hier schon drei Male in der Runde gemacht. Ja. Und ich werd's wieder tun. Kann man aber nicht den Traitor-Kollegen mitnehmen dabei? Außer wenn die A. Nee, die geht nicht hoch. Nee, nee. Die geht beim Traitor-Kollegen nicht hoch. Alter, ne Rifle. Das heißt, das ist die safeste Methode für ne... Ja. Wir haben einen neuen Kandidaten für die gesperrt gebannt. Was? Nein, da gehört Skill dazu. Da gehört kein Skill dazu. Da gehört kein Skill dazu. Vor allem musst du swappen. Du musst... Wodurch du aufballen kannst. Kann man jemanden... Kann man jemanden... Moggy drachen. Wird du eine Anweisung geben, wie das geht? Ich wusste, dass Moggy es ist. Moggy war's. Moggy war's? Ja, Moggy war's. Ja, Moggy war's. Moggy hat auch viel Spaß dran. Moggy war's. Was? 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 Was ist bei Marigi erschossen? Was ist passiert? Ich wusste, dass das war. Woher? Ja, woher? Ja, woher? Ja, woher? Ja, woher? Ja, woher? Ja, woher? Ich wusste nicht, dass hinter mir zwei Leute sind. Ich hab nur gesehen, dass Johnny sich den Fässern nährte. Ich dachte mir... Ah... Das ist auf die guten alten Zeiten. Ich dachte, ich dachte auch so... Ja, das war... Hätte ich wissen. Aber Stefan, ich hab auch einfach... Ich hätt's einfach wissen. Na, wer ist nur Detective. Was? Moment. Oh, wir können einfach die Fässer halten. Oh mein Gott. Komm mal. Wir können explodieren. Oh mein Gott. Ja, die Fässer. Nicht umbringen. Alle zusammen ins Flugzeug, komm. Alle zusammen und wir bringen uns gleich. Alle zusammen hier... Okay. Aua. Wir werden jetzt losfliegen. Wir werden jetzt losfliegen. Mehr Fässer. Ich hol mir auch eine. Ich hol mir auch eine. Ich hol mir auch eine. Mogi, du hast den Fass noch unten geworfen. Ich weiß. Ich will's wieder hochbringen. Aber ihr seid hinterher gesprungen. Nein, ich hänge so fest. Sind alle hier? Pfer, mach her. Wer fehlt noch? Ich bin noch nicht da. Fully ist nicht da. Ich bin noch nicht da. Wo soll ich denn? Da ist er. Oh, und der Zweiter sollte den Dschihad zünden. Ja. Finde ich gut. Oh, mein Gott. Scheiße. Ah. Ah. Fuck. Ich dachte, es gibt... Ich dachte, es gibt kein Damage. Es gibt kein... Es gibt noch Feuerschaden. Aber wir leben noch. Das ist äh... Eindeutiges Zeichen. Nur Mogi lebt noch. Ah. Gott. Gut gemacht, Mogi. Wow. Endlich mal. Warum hast du... Du hast den Traitor für zu sehr die Karten gespielt? Ich hab den Molotow gezündet. Es war grad schon ein bisschen ekelhaft, wie die brennenden Leute aus dem Flugzeug rauslaufen. Zwei Traitor stehen vor der Tür draußen und ballern die einfach alle an. Ach, deswegen bin ich überlebt, weil ich doch bei dem Feuer stand und der das viele genossen habe. Als würde man einen Dackel in den Fuchsbau schicken. Dann kommen sie alle rausgerannt und werden abgeknallt. Und ich hab noch Kiki getötet und dann kommt Mogi einfach an und exzitiert mich. Exzitiert dich? Exzitiert dich? Ich hab nur gesehen, dass sie an der Schoss wurde. Ich wusste nicht, was ich davon halten soll. Die gute Exe. Wer explodiert hier? Irgendjemand... Wer schießt? Ich mach die Fässer schon mal weg, damit wir gleich kein Problem haben. Ah, na. Mogi? Ich geh hier. Okay. Jo, der fliegt da ja. Okay. Oh, ist das ein Flugzeug? Das ist nicht für meine Welt. Lieb wohl. Oh nein, ich werd sterben. Ist das ein Vogel? Oh, Melf, du hast so viel Schaden. Hör doch auf. Ziemlich großartig. Hör doch auf, Melf. Wir machen uns Sorgen um dich. Ja, er stirbt doch gleich. Ich seh das doch. Ich bin durch die Welt geflogen. Melf ist da oben auf dem Dach. Ich bin durch die Welt geflogen, das würd ich auch gerne. Reki hat's auch gesehen. Über den Wolken? Nein. Hier, der hat auf dich geschossen. Ich hab in die Luft geschossen aus Versehen. Ich kann jetzt Outbound über der Welt laufen und aus Traders beobachten, was die machen. Ich hab immer recht. Reki. Was sagst du dazu, dass er Melf nicht beobachtet? Wo ist Melf? Wo obacht er mich? Was ist denn das hier für eine Versammlung? Weiß ich nicht. Er kommt so rein und alle stehen so auf Kisten. Du sagst ein bisschen so aus, als wären die Vögel auf ihren Telefonleitungen. Der Boden ist Lava. Wie immer, Boys. Der Boden ist Lava! Nein, nein, Hilfe! Oh, oh, Hilfe! Ich kann das nicht. Okay. Ah, der Duck-Jump hat funktioniert. Natürlich, was denkst du? Oh, ich bin angeschossen! Ich bin ja eher so der Fan von Duck. Komm, wer bin ich angeschossen? Oh. Warte. Hast du das, Mogi? Wer war das? Maeve, Maeve war da hinten, Maeve. Aus dem Fenster. Maeve ist, Maeve ist Detective. Achso, wer ist denn da hinten aus dem Fenster jemand schießt, der? Auf von der anderen Seite. Ich hab große Angst, wisst ihr was, ich verlass den Ort. Dann war das wahrscheinlich Fully. Wer? Was? Warum? Wer schießt auf mich? Achso, nein, dein Mogi kriegt mich! Warum hat er das gemacht? Hä, warum hat er das gemacht? Hä, der war innocent. Oh mein Gott, wer hat geschossen? Warum machst du das? Ich glaub, Fully ist der letzte Traitor. Nein, Johnny, du musst mir glauben. Ja, ja. Was soll das? Wer sollte denn sonst noch leben? Komm raus! Ja, keine Ahnung, vielleicht ist Keggy oder Riki noch da? Ich hab nur ne Rifle. Alter, ich hab... Was soll ich machen? Ne Rifle kann ich von hier drauf nehmen. Schieß doch auf so'n dummes Fass, Mann! Johnny! Oh! Das Fass! Johnny! Er ist so dumm! Erzähl sie doch nicht, guys! Keggy und Riki haben sich so sehr angestrengt. Ja. Oh Mann! Er wird mich umregen. Ja. Was soll ich denn machen? Die Fässer schießt, wenn wir dir das präsentieren, du Affe! Was ist passiert? Ich hab's einfach kürzer gemacht. Er ist die letzte Runde gefasst. Oh Mann! Ich hab dich nämlich gesucht. Und das war noch wieder der Vorgeschmack auf den nächsten Part. Das war noch ein super Vorgeschmack auf den nächsten Part. Also war das jetzt die letzte Runde. Ja, so war das jetzt die letzte Runde. Das war die letzte Runde, ja. Die nächste Runde spielen wir nicht mehr. Also jetzt noch ne Runde. Die nächste ist nicht mehr die letzte, sondern jetzt. Nein. Das eben war die letzte. Also diese Runde zu ihm spielen wir jetzt noch die? Weil wir haben jetzt eine Runde angefangen hat, dann ist das doch die letzte. Nein, aber wir haben diese Runde ja gar nicht angefangen. Ja doch, jetzt hat sie angefangen. Ich bin Traitor. Oh. Ja doch, jetzt habe ich mit den Streifen. Untertitelung des ZDF, 2020